Heute machen wir eine Haustour in Biesenhofen, der kleinen Gemeinde bei Kaufbeuren in Ostallgäu. Mein Name ist Peter Mattusch von der Firma Immoborg GmbH und ich zeige euch ein Reihenhaus mit einem Garten, ca. 320 Quadratmeter, 140 Quadratmeter Wohnfläche. Kommt mal mit, jetzt geht's los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.